Ho 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 Moin Moin ihr Nerdtaster Ho 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 Willkommen zum ersten Anfang auf meinem Kanal mit dem Nerdtastigen Adventskalender Ja gestern ist er ja bei Thomas Gestahl aka FunThomas Ja der hat das erste Türchen aufgemacht und heute bin ich dran mit dem zweiten Türchen und was ist überhaupt der Nerdtastige Adventskalender Ja ihr könnt nämlich hier geile Preise abstauben oder euch natürlich schöne Themenvideos angucken was überhaupt überhaupt mit Weihnachten zu tun hat natürlich nicht irgendwie was köchliches oder keine Ahnung gebetsmäßiges, nein, wirklich irgendwie zu geilen Filmen, sei es The Grinch oder so weiter oder irgendwie Netflix Filme vielleicht die weinlich was zu tun haben seid da gespannt, ich werde das euch ja jetzt nicht vorweg nehmen, ihr müsst einfach mal reingucken Ja ja ich hab das schon angesprochen, vierte Preise kann man gewinnen und natürlich die Kooperationspartner haben sie in die Lumpen lassen bei diesen ersten Kalender den ich auf diesem Kanal mache, ja ich bin's Dennis und ihr dürft natürlich vorweg schon mal jetzt hier mal eben ein Abo da lassen und veraktiviert die Glocke dass ihr das nicht mehr verpasst Meine teuflische gute Freundin ist ja, läuft ja am 4. Dezember 2018 an und dann könnt ihr jetzt vorab schon mal ein Fanpaket hier gewinnen auf diesem Kanal, das ist nämlich das zweite Türchen eine Blu-Ray könnt ihr zu diesem Film gewinnen in den Hauptrollen sind Janina Fouts und Axel Stein die kennt man ja natürlich und ist ein Film von Eurovideo so, den könnt ihr natürlich auf Blu-Ray erstmal gewinnen Dankeschön erstmal an Eurovideo und an Aerobl, weil die haben nämlich diesen Preis jetzt hier breitgestellt im Wert von 50 Euro ein Lightheadband von Aerobl Aber kurz, was ist denn überhaupt Aerobl? Bringt erstmals Mützen sowie Stirnbänder und den perfekten Sound mit innovativen Design unter einen Hut Die klangvollen Kopfhörer sind in die Mützen eingearbeitet und verbinden sich direkt mit dem MP3-Player oder Smartphone Jetzt sind toll meine teuflische gute Freundin designen online auf aerobl.com Ja, so siehst du, da sind die Partnernennungen halt Eurovideo und Aerobl Die hab ich genannt, nochmal wie gesagt, Dankeschön Tausendmal kann man's gar nicht mal sagen, weil das ein cooler Preis ist Was müsst ihr dafür machen, um überhaupt das zu gewinnen? Einfach ein Google-Formular ausfüllen Das ist hier in meiner Videobeschreibung verlinkt Da geht ihr rauf Macht da eben halt eure Frage, die ich euch voreingestellt habe Ja, und die Laufzeit beträgt bis zum 30.12.2018 Ja, warum? Ja, am 30.12. wird ihr wahrscheinlich so nichts mehr machen Deswegen bis zum 30. Und einerseits werde ich dann halt im neuen Jahr halt das auslosen per Livestream Somit habt ihr die Möglichkeit, wirklich lange hier mitzumachen und müsst dann nicht irgendwie einen Tag gleich sofort mitmachen Wäre natürlich gut, weil so kriegt das mehr Aufmerksamkeit So dieser Arbeitskalender Teilt das natürlich, sagt es euren Freunden Bescheid Dass es dieses überhaupt hier gibt Das würde mich freuen, weil das wirklich coole Preise sind Und einerseits, wie gesagt, habt ihr wirklich die Möglichkeit hier wirklich das abzustauben So, würde ich jetzt sagen, das reicht doch eigentlich Ich mach jetzt hier den Weihnachtsmann, die Fliege Und wir sehen uns am vierten Türchen Und dann fielen wir am 6.00, am 8.00, am 10.00, am 12.00, am 14.00, am 16.00, am 18.00, am 19.00, am 19.00, am 19.00, am 20.00, am 22.00, am 24.00, am 24.00. Am 24.00, 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 am